Herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. zu einer neuen Test-Serie von den Test-Piloten zum Thema Get More. Zwei bis zwölf Teile mehr. Und zwar hat uns ein fleißiger Abonnent uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch bitte Get More mal testen sollen. Und das in dreifacher Ausführung. Sehr fleißig muss belohnt werden, finde ich. Und deswegen werden wir uns jetzt mal bei Get More anmelden. Und zwar hat hier unter dem Video Money SMS App Test Deutsch jemand ein paar Kommentare geschrieben. Und zwar sollen wir doch bitte mal Get More prüfen. Und hier sollen wir auch Get More prüfen. Und hier sollen wir bitte auch Get More prüfen. Und der Link ist hier auch immer derselbe. Also gehe ich einfach davon aus, dass immer dieselbe Person ist. Ja, schönen Gruß. Wir testen jetzt selbstverständlich mit einem Link Get More. So. Also mein Vorschlag ist, hier erstmal aufzudrücken auf erstmal umsehen. Dann verlasst ihr mit der Maus hier das Fenster. Und dann sollte eigentlich ein Angebot kommen, wo dann steht, irgendwie 2, 3 Euro geschenkt. Das habe ich jetzt hier leider nicht. Also klicke ich einfach so auf Registrieren. Ja, immer Registrieren. E-Mail und Passwort eingeben. So. Und dann auf Registrieren klicken. Und dann dürfen wir noch die E-Mail bestätigen. So sieht die E-Mail dann aus. Bei mir ist die E-Mail in dem Werbungsordner gelandet. Also ihr könnt auch bei euch im Spam oder nachgucken. Passiert halt. Dann drückt ihr hier auf den Link. Und damit habt ihr dann schon eure E-Mail-Adresse bestätigt. So. Ich gebe hier jetzt einmal mein Bankkonto an. Und dann überweisen sie mir einen Cent. Im Verwendungsbeck gibt es dann einen vierstelligen Code. Den schreibe ich dann Get More quasi. Und schon ist meine Zahlungsart verifiziert. Genau, das mache ich jetzt mal schnell. So, genau so. Und dann klicke ich auf nächster Schritt. Dann kann ich hier eingeben, was mich interessiert. Genau, dann nächster Schritt. New Zelda abonnieren könnt ihr ja gerne machen. Ich jedenfalls nicht. Nächster Schritt. Cache-Tool. Nie mehr Cache-Back verpassen. Wenn wir gleich mal installieren. Ich benutze Chrome. Hier einfach hinzufügen. Ist erfolgreich installiert. So, nachdem wir uns jetzt erfolgreich eingeloggt haben. Und hier das Cache-Tool erfolgreich installiert haben. Können wir jetzt hier auf die Startseite von Get More sind wir jetzt. Und gucken uns das einfach mal. Oh, hey Junge. Gucken wir uns das einfach mal alles an. Alle Partner. Ebay, AliExpress, Otto. Also auf jeden Fall die großen Websites sind dabei. Ich nehme mal an, dass die Leute von Get More einfach durch Affiliate Marketing Geld verdienen. Und wir bekommen halt ein Stück von den Provisionen wieder zurück. So nehme ich das an. Oder auch eine Rabattaktion, wenn sie dann auch bewerben. Gut, also da mein Konto ja jetzt sowieso noch nicht verifiziert ist, kann ich also sowieso noch kein Cashback bekommen. Erstmal ist es ein bisschen zeitaufwendiger. Und dadurch, ja das ist halt doof. Da kommt natürlich dann noch ein zweites Video. Ja, ansonsten bis jetzt sieht die Seite ja doch ganz gut aus. Ja, sobald mein Konto verifiziert ist, gibt es dann das nächste Video dazu. Und ich sage nochmal vielen Dank an, ja, wer auch immer der Betreiber ist von Sparen beim Reisen, Make Money Online und Online Geld verdienen. Hört euch übrigens auch gerne mal angucken, die Seiten, ja. Gut, wir sehen uns vor meinem Laptop wieder. Ja, wie ihr gesehen habt, Get More, die Registrierung ist total einfach. Jetzt werde ich in den nächsten Tagen mein Bankkonto verifizieren. Und ja, dann ist dann, damit ist es dann halt abgeschlossen. Ich übermittle den vierstelligen Code und dann sollte es auch schon losgehen. Dann werden wir mal richtig anfangen, Kohle zu sparen mit Get More. Und ja, ich bin nicht spannend. Ich kann es bis jetzt noch nicht beurteilen. Warten wir mal noch bis später ab. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch und abonniert diesen geilen Kanal. Und sagt dann mal Bescheid, was wir denn noch so tolles testen können. Ich muss für Freitag noch ein Video machen und weiß gar nicht, was ich jetzt so richtig machen soll. Und ja, schreibt es einfach hier unten in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an zweitestpiloten.gmail.com Und das Allerwichtigste zum Schluss, abonniert diesen Kanal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.